Leute, heute spielen Ben und ich total freiwillig. Ich zwinge Ben zu nichts. Eine neue Folge Minecraft. Yeah. Ich brauch nie Luft. So tanze ich im Club, Alter. Ben ist übel wasted und übel müde. Weshalb lass ein Like da, damit Ben wach wird. Müde bin ich nicht. Missbrauch mich nicht für Likes. Pass auf, Ben. Du kriegst die ersten Dinge. Eins, zwei, drei, vier. Und die restlichen gehören mir. Die muss man craften. Ja, die muss man craften. Aber du darfst natürlich in Game Mode gehen. Darab packe ich dich erstmal rein. Game Mode. Der. Oh, shit. Boom. Da bist du kreativ. Was ist das erste Haus, was du gezogen hast? Zieh eine Karte. Secret Vulkanhöhle. Was brauchen wir dafür? Viel, ey, Nina. So viel. Sag was an. Erstmal brauchen wir 10.000 Likes. 10.000 Likes, damit wir diesen Vulkan bauen können. Nee, wir brauchen Magma. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Lava. Bergbank. Oh ja. Entschuldigung. Da hast du sie. Jetzt rein da. Ich kann derweil ja das nächste machen. Secret Bunker. Level 4 von 4. Aber die haben alle Level 4 von 4. Okay. Okay. Secret Bunker. Dafür brauchen wir eine Truhe. Dann brauchen wir Erde. Und wir brauchen ein Fern... Ach nee, ein Enchantmentable. Wie heißt denn das nochmal? Das heißt doch Zauber. Ach, das heißt ja jetzt Zaubertisch. Nina, man muss das an einer besonderen Werkbank machen. Oh, okay. Dann gehen wir mal nach hier hinten. Nach, nach da drüben. Äh, hier ist die Werkbank. Over this thing here. Dann das hier. Dann das hier. Und jetzt die letzten zwei. Boom. Secret Bunker. Also ich hab mal eins. Hast du da eins auch? Das ist doch Stein, Magma und Lava. Boah, ich hab mir... Na ja, einen verseuchten Stein gegeben. Secret, Alter, das sieht voll heftig aus. Guck mal hier. Ja, meins sieht auch richtig heftig aus. Soll ich hier drin platzieren? Nein, mach doch nicht, Alter. Dauch los. Nein, dann sind unsere ganzen Sachen weg, Alter. 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 So Secret Bunker Base, let's go. Oha. 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 Das sieht ja übel cool aus. Jo. Dann ist jetzt hier im Bunker, da kann man rein. Ah, hier ist der Eingang. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Doch. Jetzt fertig, jetzt fertig. Ja, wie kommt man da rein? Uh, ja hier vorne, dort wo du warst. Guck mal, Team Grün Base ist das. Alter. Alter, Polizist ist hier auch noch. Da ist ein Portal drin. Ja, ja. Ist da auch die Base weitergebaut? Weiß ich nicht. Nö, ist er nicht. Ach so, nice. Hey, ist mich mal anders rausgekommen? Nee. Oh, nee, du. Wo bin ich denn jetzt, Joi? Hä? Oha, die Tür ging auf und zu. Oh, wenn es wird dunkel. Du musst den Vulkan platzieren, damit wir Licht haben. Das so funktioniert, weiß ich nicht. Wo bist denn du? Ach, da. Jetzt geht's los. Oh, fuck. Ui. 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 Okay, das sieht heftig aus. Ja, das reicht jetzt auch. Ja, das sieht heftig aus. Holy moly. Ist es schon fertig? Schon fertig, der Bunker? Der hat aber schnell gebaut. Du hast so krass niesen. Deswegen treten wir hier die Augen gerade. Ich weine. Nina, man kann den zum Ausbruch bringen. Oh. Ach, ich hab's schon gemacht. Ja, 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 ja. Es wackelt alles. Es wackelt alles. Ich mach nix. Ich mach nix. Das ist das Game. Siehst du die Feuerkugel nicht? Na, sicher sehe ich die Feuerkugel. Na, sicher. Also, den möchte ich nicht als Nachbarn haben. Das sage ich so. Ich auch nicht. Hört das auch mal auf? Macht der auch mal Feierabend? Ach nee, das war's schon. Das ist eine sehr sichere Base mit Bedrock und allem drum und dran. Ja, die ist auch echt schneeke. Guck mal, wie schön die von innen aussieht. Hallo. Ich könnte das hier schon mal bauen. Mit mega Flatscreen und eine Million Diamanten. Okay, das waren nur so zehn. Ein Endportal ist hier drin. Chillig. Chillig, chillig. Okay, Ben, wir brauchen Kohle. Deshalb machen wir jetzt eine Bank. Dafür brauchen wir Golde Rinios, Diamantos und Emeraldos. Heißt aber Smaragd. Ups, die brauchen wir. Nochmal angucken. Okay, gecheckt. Wumm, wumm, wumm. Okay, geht hier nicht. Nice. Ich weiß nicht, ob das nur in diese Einwerkbank geht. Hä? Nee, das ist bestimmt immer das Falsche. Ich weiß ja auch was Falsches. Ach, ja, Diamanten. Crazy Baumhaus. Okay, ich hab die Diamanten falsch genommen. Man muss nicht zu einer anderen Werkbank. Ich bin einfach nur dumm. So dumm. Wie kann man so dumm sein? Da ist sie. Die Bank. Alter, die sieht übel sick aus. Hast du auch deins schon gebaut? Alter, du hast ein Baumhaus. Bau das Baumhaus sofort. Warte. Hä, Ben, du hast es ja for real sofort gebaut, Alter. Du hast gesagt sofort, also hab ich's gemacht. Er hat's einfach. Er hat einfach. Er hat einfach, äh, ja. Hey, ist doch chillig. Guck mal. Ein Haus in einem Haus. Ja, ein Baumhaus in einem Haus. Das sind auch Spezialfähigkeiten. Oh, ja, hat's, 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 hat's. Guck, draußen. Oh, da ist jetzt alles runtergefallen. Loot und sowas. Welche Äpfelfarmen kannst du ja wirklich Garoppieräpfel mitmachen? Ja, 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 ja. Also, Goldäpfel. Oh, hier ist noch jemand. Moin, moin. Moin. Okay. So, was war das denn? Komm, ich baue jetzt die Bank. Es wird jetzt eine City hier. Alter, vielleicht hat die Bank Spezialfähigkeit, dass wir Diamanten kriegen oder so. Boom. Wo? Hab's da draußen gebaut. In unserer Stadt, in unserer City. Boah, da ist aber auch hier sehr halbe Hälfte abgerissen, ey. Ja, sorry. Bisschen, äh, Schwunde sind wir da. Aha. Das hier ist unsere nice Bank. Hier kann man safe irgendwas machen. Ausrauben. Ah, hier kann man halt Sachen, äh, ah, da sind Diamanten drin. Oh. Drei, nix, nix. Diamanten. Auch nochmal drei. Diamanten. Ich hab sechs. Ah, ich hatte richtig viele Diamanten. Ich hatte sieben. Drei und. Hat sich der Bau ja gelohnt, sag ich mal, ne? Boah, aber ich mein, so eine fette Bank für irgendwie sieben Diamanten ist schon mau, du, ist schon mau. So, die Bank haben wir auch. Dann kommt jetzt, weil wir die Bank ausgeraubt haben, Ben, das Gefängnis dazu. Ah, gibt's auch, okay. Na, sicher. Tja, ähm, Eisenblöcke, Eisengitter und Spinnennetze. Also, Eisen, Gitter, Eisenblöcke. Und, wer wurde ne Anna? Das Ganze hier war ein Märsch. Zack. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das ganz gemerkt habe, aber. Juhu, first try, let's go. Ben, was stehst du hier so trau? Du musst dir einfach irgendwelche Gegenstände durch die Gegend. Ich crafte. Kann das nicht auch in die Offhand tun oder so? Boah, viel besser. Ultimate Battle Arena. Oh, okay, passt auf. Das Gefängnis baue ich hier einfach hin. War das zu wenig Platz? Oh, Lina. Das Vulkanhaus. Oh, Mist, jetzt haben wir ihn wohl. Das ist riesig. Das ist mega fett. Alter. Ja. Juhu. Gibt es auch eine Special-Fähigkeit hier? Das wäre nice. Ausbrechen. Ist natürlich auch nice, dass man hier so easy durchkommt. Ah, warte, man darf keine Gefangenen rauslassen. Ich lass mal einen raus. Was ist das? Das ist richtig fett hier. Guck. Alter. Aber die haben hier einfach nur einen Gefangenen. Überall war, dass ist hier niemand eingesperrt. Okay, nice. Das war das Prison. Okay. Und wenn die Gefangenen gegeneinander kämpfen müssen, einfach so zur Belustigung der Gefängniswärter, brauchen wir eine Arena. Ja, let's go, Ben. It's your turn. Okay. Ultimate Battle Arena wird platziert. Bam. Okay. Uh, die sieht sick aus. Die sieht richtig sick aus. Das könnte ich auch bauen. Ey, da fighten sogar welche. Oh, ja, stimmt. Wer gewinnt? Gewinnt hier überhaupt jemand? Ich glaube, der Noob stirbt als erstes, oder? Du, ich sag's dir so, wie es ist, aber ich glaube, hier stirbt keiner. Das ist ein Unendlichkeits-Battle. Ich glaube auch, ey. Ah, nee, Ben hat einen gekillt. Ups. Oh, Ben hat die Map kaputt gemacht. Vier Blöcke auf einmal. Das klingt mir nach einem Hack. Sag nur so. Okay. Halbfinale, Ben. Bist du ready? Bist du ready, Ben? Nee, ich hab Halbfinale noch. Pass auf. Ich hab nur noch eine. Ich brauch Gleimblöcke. Diese Bälle. Ich brauch Glowstone. Und ich brauch Nether-Ziegel. Zack. Die hier. Bumm. Angucken. Gemerkt. Zack, 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 zack. Wow. Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Hallo. Was denn? Ich mach hier meinen Dropper hin. Tschüss, Ben. Oh, das ging schnell. Ben, wo bist du? In dir. Ach so, jetzt bin ich auch da. Das Ding ist, ich bin im Game Mode. Ich muss... Ach so, ich auch. Ich war wundern, was hier passiert. Game Mode Survival. First Striker, kein Problem. Der Dropper ist wirklich sehr easy. Wow, der war ja wirklich... Der war ja wirklich... Der war wirklich echt scheiße. Ich wollte ja gerade mein Haus craften, aber dann hast du irgendwelche Faxen gemacht. Ich hab irgendwelche Faxen gemacht. Das find ich aber frech hier. Mini-Schloss. Mini-Schloss. Let's go. Alter, guck dir hier, das mal. Das sieht auch krass aus. Hier hätte man mal den Vulkan platzieren müssen. Ja. Da hätte man einen Doppel-Vulkan gehabt. Doppel-Wopper. Doppel-Wopper, ja. Oha. Da haben wir ein bisschen Lava gebaut, aber ist ja kein Problem. Kein Ding. Oha, das sieht heftig aus. Ich dachte, du sagst jetzt, äh, das könnte ich auch so bauen. Das könnte ich nicht so bauen, das muss ich auch wirklich auch anerkennen. Also, holy moly, das ist richtig krass. Versteckter Verzauberungstisch, hier geht eine Treppe rauf. Äh, hier sind ganz viele Fässer und sowas. Holy moly. Ähm, muss ich auch sagen, das könnte ich auch jetzt nicht bauen. Ich hab deine Schule gesehen, Idina. Die sah jetzt nicht scheiße aus, hallo? Oh, als ob die so richtig hässlich ausgesehen hätte. Äh. So, Finale. Oh. Oh, wir brauchen dafür bestimmte Schienen. Also, wir brauchen das hier. Wir brauchen, wie heißt die? Antivierungsschiene. Schiene. Machst du einen ICE-Bahnhof? Was sind Aktivierungsschienen? Nee, 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 Ben. Geiler, geiler. Ähm, dann brauchen wir Redstone Renewal. Und dann brauchen wir einen Netherstern. Oh, mal gucken, ob ich das First Try so hinkriege. Zack. Zack, 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 zack. So. Oh. Das sieht übel heftig aus. Das sieht richtig heftig aus. Ben, wo bist du? Wo bist du? Ich will's platzieren. Ach, da bist du. Ein Millimeter hinter dir. Ein Millimeter. Pass auf. Was ist das? Erkennst du es schon? Erkennst du es schon? Ach, eine Achterbahn. Das ist die fetteste Achterbahn der Welt. Eine Vulkan-Achterbahn. Kolossus. Oh nein. Ach, hier ist der Knopf. Undach. Undach. So, let's go, let's go. Scheiße, da kommt uns was entgegen. Aber ist uns egal. Wir kommen da einfach hoch. Easy. Geht die auch mal so richtig krass runter. Hallo? Eisenbahn? Äh, Achterbahn? Eisenbahn. Hat der auch schon mal mit einem ICE auf der Achterbahn gefahren? Jo. Mit 300 kmh runter. Ich lass mal nicht Gas geben, ich würde gerne aufholen. Das war mir klar, dass du das willst. Dann fliegt man aus der Korbe. Ich hab zum Beispiel kurz drüber nachgedacht, ob ich bremsen kann. Dann kann ich dich blockieren. Wer bremst, fall dir. Und so dich auch nervt. Ich glaube, ich bin als Erste im Ziel. Meinst du? Sag nur so. Einste? Sag nur so. Erste. Er hat gesagt, das ist der schnellste Rollercoaster der Welt. Aber ist für mich eine Lüge. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lass mich einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lass du unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.